Hier mellet sich der Signal, die drüber fahren. Am Mikrofon, Fanny Reutmann und Franz Buschmann. Hast du das auch mitbekommen, Rishi? Es scheint wirklich einen Interessenten für diesen Spieler zu geben. Ja, auch mitbekommen bleibt nur die Frage, ob er selbst auch Bexer möchte. Frag deine Kurzanalyse zu Borussia Dortmund. Los geht's mit der Vorbereitung auf eine Spielzeit, an deren Ende diese Mannschaft nur eins will. den Meistertitel. Das Hinspiel haben die Gastgeber schon absolut souverän gewonnen, also nicht unwahrscheinlich, dass sie den Gästen heute noch einmal drei Punkte haben. So sieht ein Pasten aus. Kehl. Super Pasten! Versuchst du mit dem Motto? Es ist aus, es gibt Abstoß. Mit dem Motto? Mit dem Motto? Mit dem Motto? Mit dem Motto? Schöner Pass! Oh! Hier ist der Kalt der Ersatz. Und mit dem Motto? Und hier ist der Kalt der Ersatz. Es war nicht knackig, was hier noch nicht ist. Aber jetzt ist der Ball zumindest bei dem Tor. Und wir hoffen auf Besserung. Oft tut so ein Tor einem Spieler gut. Aber jetzt ist der Kalt der Kalt der Ersatz. Hier ist der Kalt der Ersatz. Jetzt schnell spielen! Jetzt schnell spielen! Jetzt ein Kümmer. Mal gucken, was. Ja, und da kommt was auf uns zu. Ja, jetzt sieht er genau auf den Kieper. Ja, und da bringt er den Fuß noch dazwischen. Und jetzt! Der Verteidiger blockiert immer noch. Jetzt können Sie Ihren Konter starten. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Wir haben Sie gut eingestellt, den Konter, aber... Jetzt haben Sie viel Platz in der Mitte. Gute Stellungspiele in der Mitte. Und dann treibt er seine Feuerleute an. Bewegung, Bewegung! Hört man ihn rufen. Die Verteidigung ist ein echtes Boller. Es sucht Spickhoff. Ein Spieler am Boden. Sieht so aus.